Asyl für Obdachlose Und stehst du einmal am Ende und hast keine Bleibe, kein Brot, dann falte zufrieden die Hände, man sorgt für deine Not. Es gibt für solche Zwecke ein Asyl, da findet der Mob ein eisernes Bett, eine Decke und einen alten, blechernen Top. Hast du dein ganzes Leben geschuftet wie ein Vieh und geht's dir im Alter daneben, entlässt dich die Industrie. Dann heißt es noch lang nicht, verrecke, der Staat gibt dir sachlich und grob ein eisernes Bett, eine Decke und einen alten, blechernen Top. Manche auf diesem Planeten leben bei Sekt und Kapaun. Ja, sollen sie vielleicht dem Proleten einen Palast aufbauen? Andere verrecken im Drecke, du hast's noch gut, na und ob, du hast im Asyl eine Ecke, ein eisernes Bett, eine Decke und einen alten, blechernen Top. Wohltaten, Mensch, sind nichts als Dampf. Hol dir dein Recht im Klassenkampf. Hol dir deine сам ihr habt? Untertitelung des ZDF, 2020